Es ist für mich persönlich und für viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein außergewöhnlicher Tag heute, weil Sie, die Medien, insbesondere aber Bürger und wir auch intern der Überzeugung sind, dass der Einsatz der Polizei positiv gelaufen ist. Aber was so besonders ist, das ist die öffentliche Diskussion, die entbrannt ist und damit Köln auch wieder erneut in den Fokus bringen. Der Pressetermin ist jetzt dem Umstand geschuldet, dass seit dem frühen Morgen die Telefone bei meiner Pressestelle sowie der Stelle, die Bürgereingaben bearbeitet, nicht mehr stillstehen. Wir haben seit 14 Uhr jetzt wieder das Bürgertelefon geschaltet, weil wir die vielen Telefonate nicht mehr bewältigt bekommen. Wir haben mehrere hundert Mails bekommen. Bis jetzt gerade eben wurde mir gesagt, über 800 Mails aus ganz Deutschland, dem benachbarten Ausland und auch aus Übersee. Eines haben fast alle diese Anrufe und die bislang ausgewerteten Mails gemeinsam ein großer Zuspruch für den Einsatz der Polizei. Und dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich. Viele Menschen äußern nach der Kritik an der Kontrolle von annähernd tausend jungen Nordafrikanern Empörung über die Kritik und bedanken sich ausdrücklich für das Auftreten der Polizei Köln. Ich möchte gleichwohl nochmal den Anlass auch nehmen, um über Kritikpunkte zu sprechen, weil ich glaube, diese haben für Unruhe gesorgt. Und möchte insofern anfangen mit dem Begriff NAFRI. Dieser Begriff ist nicht für die Verwendung in der Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Ich bedauere nochmals hier auch an dieser Stelle, dass wir diesen Begriff in einem Tweet genutzt haben. Ich will Ihnen aber auch erklären, wo der Begriff denn eigentlich herkommt. Der Begriff wird seit 2013 polizeiintern als Synonym für junge Männer aus Nordafrika genutzt, die seit Jahren durch besondere Gewaltbereitschaft und oder durch die Begehung von Straftaten auffallen. Der Begriff dient auch als schnelle Kurzinformation zur Eigensicherung, da junge Nordafrikaner für Angriffe gegen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten bekannt sind. Ziel des Einsatzes an Silvester war es, sicheres, friedliches und fröhliches Feiern hier in Köln zu ermöglichen. Wir waren mit einer umfassenden Einsatzkonzeption gut vorbereitet. Wir waren auch darauf vorbereitet, dass erneut Nordafrikaner, junge Nordafrikaner nach Köln zur Silvesterfeier kommen würden. Die hohe Zahl der jungen Männer, die wir festgestellt haben, hat uns überrascht, auch wenn es nicht zu Problemen in der eigentlichen Einsatzbewältigung geführt hat. Wir haben allerdings, das habe ich auch im Rahmen einer Pressekonferenz am Neujahrstag gesagt, gut vorbereitet mit 1500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, haben dann aber noch mal in dem Einsatz, während des Einsatzes, zwei Hundertschaften nachgefordert. Und ich will Ihnen jetzt auch noch mal meinen persönlichen Eindruck schildern. Ich war ja in der Zeit von 23 Uhr bis Mitternacht im Bereich des Hauptbahnhofes. Und ich war froh, dass wir so aufgestellt waren. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass der Einsatz auch noch kippen könnte. Das hat er nicht. Wir waren gut eingestellt und aufgestellt. Von daher bin ich sehr zufrieden, dass dieses Konzept genau so gegriffen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Polizei Köln ist mit Augenmaß vorgegangen. Ich habe heute Morgen um 10.30 Uhr mir berichten lassen durch den Polizeiführer, Herrn Leitenden Polizeidirektor Temme, und habe auch mit allen weiteren unmittelbar am Einsatz im Kern der Innenstadt beteiligten Führungskräften, nämlich den Führungskräften der dort eingesetzten Einheiten gesprochen, um noch mal mir unmittelbar schildern zu lassen, wie war die Situation, was hat zum Einschreiten und zur Überprüfung der Personen geführt. Neben dem frühzeitigen und konsequenten Einschreiten war ja angeordnet, auch potenziellen Zielgruppen differenziert zu begegnen, sie differenziert anzugehen. Es ging nicht um das Aussehen, sondern um das Verhalten von jungen Männern, nämlich wie gerade eben schon ausgeführt, Rocker, Rechte, Hooligans. Bei den jungen Männern aus Maghreb-Staaten, die sich verdächtig verhalten, dazu kann ich sagen, sie wurden bereits ab 19 Uhr zunehmend im Bereich des Hauptbahnhofes festgestellt. Wir haben dort festgestellt, Personen, die zum Teil alkoholisiert waren, die, ja, mir wurde es so geschildert, einfach nur rumstanden, in Gruppen rumstanden, aggressiv wurden, wo klar war, da passiert etwas, wenn wir nicht frühzeitig und konsequent einschreiten. Wir haben sehr schnell diese Personen zunächst in eine Beobachtung genommen und dann auch schon ab 19 Uhr Personenkontrollen zunehmend durchgeführt. Und meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass wir bereits um 20 Uhr im Bereich der Innenstadt eine Situation hatten, die im Jahre 2015 zur Eskalation geführt hat und zu Gewaltexzessen. Nach den intensiven Überprüfungen durften die meisten Personen dann mit Ausnahme weniger, die wir auch in Gewahrsam oder festgenommen haben, auch gehen. Sie konnten auch in die Stadt gehen. Sie wurden ohnehin sehr eng begleitet durch die Präsenzteams. Viele haben es aber auch vorgezogen, sich auch aus dem Bahnhofsbereich schon wieder in den Zug zu setzen und zurückzufahren. Es gab insofern im Bereich des unmittelbaren Kerns am Hauptbahnhof durch uns ausgesprochen nur 48 Platzverweise. Das belegt nochmal, dass wir mit Augenmaß drangegangen sind. Ich möchte Ihnen jetzt noch gerne die aktualisierte Statistik auch mitteilen. Was haben wir im unmittelbaren Umfeld von Dom und Hauptbahnhof an Straftaten festgestellt? Und was haben wir im Bereich der Ringe, wir nennen das ja die Ordnungspartnerschaft Ringe, festgestellt? Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 18 Uhr am Silvestertag bis 8 Uhr am Neujahrsmorgen. Das sind nicht viele Zahlen. Ich werde hier auch nochmal gesondert herausnehmen. Einmal Sexualdelikte. Wir haben im Bereich vom Dom Hauptbahnhof in dieser Zeit, also eben von 18 Uhr bis 8 Uhr, zwei Sexualdelikte angezeigt bekommen. Und im Bereich von den Ringen auch noch einmal zwei Sexualdelikte. Die Zahlen beziehen sich jetzt auf die Zeit, also auf den Stichpunkt 12 Uhr heute Mittag. Bis hierhin sind uns eben vier Sexualdelikte mitgeteilt worden. Ich habe gestern in der Pressekonferenz angegeben, wir hätten zehn Sexualdelikte. Diese zehn bezogen sich, das habe ich mir heute nochmal darstellen lassen, auf den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Köln und haben dann auch den Samstag mit 24 Stunden bereits einbezogen. Auf das gesamte Stadtgebiet bzw. auf den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Köln haben wir über das gesamte Wochenende zwölf Sexualdelikte angezeigt bekommen. Wir sind angetreten, meine Damen und Herren, den Menschen friedliches und sicheres Feiern zu ermöglichen. Die Zahlen, die ich Ihnen jetzt auch vorgetragen habe, sprechen dafür, dass uns das einigermaßen gelungen ist. Wir haben das erreicht, weil auch mit der Erfahrung agiert wurde, weil wir potenzielle Straftäter sehr frühzeitig angegangen sind, angesprochen und auch überprüft haben. Und insofern wurde das, was ich in den teilweise auch Wochen zuvor gesagt habe, ich möchte, dass wir sehr niedrigschwellig einschreiten, beim Erkennen von Gefahren, beim Erkennen von Straftaten sofort einschreiten, dass dieses Konzept auch so umgesetzt worden ist. Und erlauben Sie mir nochmal an dieser Stelle insbesondere denjenigen Danke zu sagen, die dazu beigetragen haben. Das sind die Polizistinnen und Polizisten hier des Polizeipräsidiums und auch der unterstellten Einheiten aus ganz Nordrhein-Westfalen. Diesen Dank habe ich in weiten Teilen schon weitergegeben und werde das auch noch tun.